Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play, nicht was mit Chef, wir machen weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Und ja, wir sind hier. Danke. Ja, bin ich immer. Pink! Ach, das ist Road America. Ja, ja, fein. Drei Sekunden Slide. Okay. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Sauber holt. Leck mich am Arsch. Alter, ich hasse es, wenn die mich wegdrehen. Aber Pink, ich bitte dich. Danke. Sauber holt. Come on. Das ist schön. So kriegt man nämlich auch Punkte. Alter, Ron. Alter. Hör doch mal auf zu drängeln, Junge. Ja, wir haben drei Runden vor uns. Ja, Kurve gemeistert. Das ist schön. Alter, komm, verschwinde vor meiner Nase. Verschwinde vor meiner Nase. He, 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 he. Trottel. Alter. Aber danke. Du hast mir immerhin meine Punkte eingebracht, die ich gebraucht habe. Upsala. Upsala. Entschuldigung. Ziemlich stark abgekürzt. Macht ja nix. Bin ja durch. So, jetzt können wir schön... Ach, im Cockpit zeigt der MPH an. Na, sagt mir das doch mal einer. Ich gucke nämlich immer in die Tachonadel-Anzeige und nicht rechts. Uah! Wir haben ein bisschen zu weit nach außen gefahren. Macht nix. Also, das mit dem Drei-Sekunden-Slide kriege ich, glaube ich, nicht hin. Aber egal. Macht ja nix. Ich lege mich da jetzt auch nicht fest, nur weil ich da den Drei-Sekunden-Slide nicht hinkriege. Macht aber irgendwie gerade mal Spaß, im Cockpit zu fahren. Warte, was bin ich da eigentlich nicht so... Wow. Oh, pingelig bei. Yeah! Wow, cool. Nochmal die Kurve gemeistert. Bin ja mal gespannt, ob ich ein Level abkriege. Danke. Cool. Ja, ja, ich weiß. Wow, runter da. Ui, 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 ui. Nochmal Kurve gemeistert, cool. Ach, Leute, die sind ja übelst weit entfernt. Na, geht doch. Danke dir. Wow, 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 wow. Oh, okay. Oh, okay. Okay, kriegen wir es halt eben nicht hin, ist mir auch egal. Ich glaube, ich brauche noch über 3 oder 4 K an, äh, Punkten. Alter, wo ist denn Ron? Ron ist ganz weit hinten. Cool. Ach, komm schon. Oh, auch gut. Haben wir die Kurve doch wieder gemeistert. Ui, jetzt auf Rennlinie, Alter. Das gibt ordentlich Punkte, du, da. Jetzt noch Höchstgeschwindigkeitspunkte. Ui, 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 ui. Ja. Geht doch. Ui, 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 ui. Ach, komm schon. Haben wir es wieder nicht geschafft. Na, egal. Cool. Gegner blockiert. Was? Ach, komm schon. Selbst die Kurve habe ich diesmal nicht geschafft. Na, egal. Wer interessiert's? Yeah, wenn es die Kurve haben wir geschafft. Immerhin. Aber die Kurve haben wir nicht geschafft. Macht nix. Aber da ist er ja wieder. Och, geht ja noch. Sieht ja noch recht heil aus. 2,22. Das ist schön. Boah. Boah. Fast 8 Minuten für das Ganze verballert hier, ey. Boah. Hoho. 80 Kilometer mit US-Wagen. Wow. Das ist schön. 3.000 haben wir wieder. Wow. Cool. Hey, weißt du was? Können wir nämlich wieder schon den Mitsubishi nämlich aufpimpen. Upgrades. So. Da haben wir doch nicht alles. Da haben wir schon alles. Okay. Auf geht's. Den da. Ja. Und den da. Danke. Okay. So. 25.000 haben wir jetzt noch. Was können wir denn da einbauen? Den Antrieb? Nein. Den da. Den Turbo könnte ich einbauen eigentlich. Alter. Reifen könnte ich eigentlich einbauen, weil die brauchen... Braucht er eigentlich schon. Komm. Wir bauen mal eben Reifen ein. 14.000 und 6.000. Ja klar. Komm. Dann bauen wir voll das Handling jetzt gerade mal aus. Zack. So. Jetzt haben wir nämlich das Handling aufgebaut. Jetzt brauchen wir doch 25.000. Warte. Das sind 25.000 bis 15.000 sind 40.000. Plus nochmal die 22.000. Uiuiuiuiuiuiuiui. Brauchen wir ja 62.000. Mama mia. Egal. Das Geld kriegen wir schon noch zusammen. Ich verballer zwar immer mein Geld, aber scheiß drauf. Ja. Egal. Machen wir mal weiter. Tja. 280 Sterne, um Stufe 5 freizuschalten. Okay. Zeit fahren. Oha. Hui. Wollen wir doch mal sehen... ...dass wir es irgendwie hinkriegen. Nur noch ein paar Sekunden, okay? Japp. Achte auf die Uhr. Als die Zeit umläuft, deine letzte Runde. Japp. Okay, das war's. Viel Glück. Danke. Das grüne Licht. Japp. Grün, wir starten. Los geht's. So, wir fahren mal wieder aus. Ausdruck. Da, 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 da. Da, 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 da. Alter, verzieh dich vor meiner Nase. Äh, äh. Hä, hä, hä. Kurve gemeistert. Und das war noch in dem, äh, in dem, äh, wie heißt es hier? Ah, ja, komm. Was? Ja, 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 ja. Tschuldigung. Haben wir uns doch tatsächlich da hinten reinversammelt. Wow, cool. Wir haben die Kurve gemacht. Oh, 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 oh. Immerhin 75%-Takt-Ideallinie erreicht. Das ist schön. So, 750 Punkte. Alter. Die haben wir ja gleich schon erreicht. Ach komm schon Yay Aber 1500 Punkte Und wieder die Kurve gemeistert Schön Und die da hinten krieg ich irgendwie nicht hin Ja Hallihallo Lass mich doch mal runter Danke Ah ja Scheiß auf die Kurve hier Wow Cool da hat wohl jemand eine bessere Zeit als Ron K Erreicht Mama mia sieht der Wagen wieder lecker aus Cool So komm schon Meine Fresse nochmal Warum verpack ich die verkackte Kurve denn nicht Oh Gott Oh Gott Die da vorne Ja Im Cockpit Hab ich's wieder Weißt du Leckt mich am Arsch Wie sagt er Im Cockpit Hab ich's wieder Leckt mich doch am Arsch Alter Vater Oder O Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Wuii Immerhin Kurvenmeister auf USA Auaaa... Städt hat weh, aber die Streifen hinten seh'n schick aus Spaß. Oh ja, genau. Mitten über dem Berg. Eigentlich hatte ich vor, ihn mitten über dem Berg zu kicken, aber naja, hat wohl nicht geklappt, so wie ich es mir gedacht habe. Mocht nix. Und jetzt rechtzeitig bremsen, Alter, leckt mich am Arsch. Ja, schon lass mich vorbei. So, geht doch. So, mehr wollte ich nicht. Ich fahr nicht noch extra ne Runde. So, Alter, vier Sekunden rausgeholt, fast. Drei Sekunden eigentlich. 40.000 haben wir jetzt. Yeah. Leck mich. Kein Abzeichen verdient. Das ist schön. Fahrerwitzschatten von 150 Gegnern. Yeah. Alter, warum kurz vor dem Dings? Macht nix. Zeit fahren auf Dakota GP. Oh, Dakota ist cool. Das könnte interessant werden. Sagen wir es mal so. Wir haben zwar nicht mehr viel Zeit eigentlich, aber egal. Das klatschen wir auch noch in die Folge rein und gut ist. Okay, wir starten gleich. Ich sag dir das grüne Licht an. Halt dich bereit. Oh yeah, das kann lustig werden, du ne. Fahrer eine saubere Runde. Danke. Ach, die Kurve. Oh Gott. Okay. Alter, vier Minuten lässt mich nachzahlen. Okay. 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 Neues Fahrerlevel erreicht. Ah, okay. Zweite Punkte haben doch gefehlt. So, Kurve gemeistert. Das ist schön. Eins weiß ich, wenn ich das so fahre, werde ich es nicht schaffen. Ja, leck mich fett an der Füße, Alter. Oh ja, ich weiß. Scheiß drauf. Komm schon. Ich werde jetzt hier einfach die Bisszeit rausfahren, oder das war's doch. Zack. Scheiß auf die Kurve da hinten. Werde ich einfach so fahren, wie immer. Ja. Obwohl, ne. Okay. Scheiß drauf. Ja, ich weiß. Die Zeit ist vorbei. Leck mich im Arsch. Uuai, uai, 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 uai. Pass mal einmal nicht auf und fährt gegen eine Wand. Nein, doch nicht. Hätte ja klappen können. Ron, du bist zu schlecht. Such dir einen Nebenjob. So, okay. Wir sollen uns jetzt wirklich anstrengen, weil wegen uns so. Weil wir die saubere Runde fahren wollen. Und, äh, das sollten wir möglichst bald tun. Alter. Sag mir jetzt nicht, dass ich's verkackt habe, nur weil ich da ein kleines, glitzekleines Stückchen aufm Rasen gefahren bin. Oh, bitte sag mir, dass es funktioniert hat. Bitte sag mir, dass es funktioniert hat. Bitte sag mir, dass es funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert. Und wir haben alles geschafft. Und wir haben alles geschafft. So, unser Wagen ist sogar noch heile. Das ist ja mal ein Affenwunder. Du hast eine neue Zeit für Sektor 1 erreicht. Wurde sauber überholt. Ja, wissen wir. Und am Ende habe ich sie alle übertroffen. Leck mir am Arsch. 47, 48. Ja, Mann. Dat, 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 dat. Sieben Sekunden. So, das war's auch schon für heute. Und, äh, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal wieder. Neu fängen und neues Einladungsevent. Wow, echt viel. Nee, wir sehen uns auf jeden Fall, äh, beim nächsten Mal wieder. Und, äh, ja, viel Spaß mit dieser Folge. Und, äh, Bitte Stella können.